Nun folgt ein Bericht über den Amoklauf im Mühlviertel. Das gebanzerte Fahrzeug HMV Survivor von Achleitna unterstützte und schützte unsere Einsatzkräfte. Bei der dramatischen Fahndung nach dem Amokläufer im oberösterreichischen Mühlviertel wurde eindrucksvoll bewiesen, wie entscheidend eine qualitativ hochwertige Ausrüstung für die Sicherheit unserer Exekutive ist. Im Fokus dieses Einsatzes stand der gepanzerte HMV Survivor, ein Fahrzeug, das vom renommierten Tiroler Fahrzeugbauer Achleitna entwickelt wurde. Der HMV Survivor ist speziell für Einsätze unter extremen Bedingungen konzipiert und bietet den eingesetzten Beamten ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit seiner robusten Panzerung und der durchdachten Konstruktion vermittelt das Fahrzeug den Insassen ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit. Die Polizeieinheit, darunter auch die Spezialeinheit Cobra, konnte sich dank des HMV Survivor wesentlich sicherer und geschützter fühlen, in einer hoch angespannten Lage, in der der Amokläufer bewaffnet und zu allem entschlossen war. In gefährlichen Einsätzen wie diesem zählt jede Sekunde und jede Sicherheitsmaßnahme, um sowohl die Beamten als auch Unbeteiligte bestmöglich zu schützen. In Wassermeldung